YouTube will ja immer, dass man YouTube Shorts macht. Mein neuestes Projekt. Spider-Man Fadeout. Guck mal, ich hab nämlich auch richtig geile Bogenbauer-Schuhe an. Das macht mich richtig scharf, Leute. Schon krass, was man mit diesen Shorts alles erreichen kann. Abonnenten ohne Ende. Tja, das Gute an diesen Shorts-Videos ist, das können sich sogar Eintagsfliegen angucken. Also die Aufmerksamkeitsspanne wird hier definitiv nicht überstrapaziert. Zu dem Bogen hier gibt es dann auch ein ausführliches Video. Aber ich weiß nicht, ob du das aushältst, mehr als 10 Minuten zu gucken.